Musik Mit Schreiben vom 9. Januar 2015 erhielt ich den Auftrag zur Aufnahme von Gesprächen mit Vertretern der Priesterbruderschaft Pius X. Das Schreiben kam vom damaligen Präfekten der römischen Glaubenskongregation Gerhard Kardinal Müller. Gedacht war auf diese Weise, eine freundschaftlich-zwischenmenschliche Beziehung zur Gemeinschaft herzustellen. Andererseits sollten Fragen der kirchlichen Lehre auf die Tagesordnung gesetzt werden. Es waren Fragen im Zusammenhang mit den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 bis 1965. Ebenso Fragen mit Bezug auf römische Verlautbarungen der vergangenen Jahre. Besonders zu erwähnen sind die Fragen der Liturgie, eigens der authentischen römischen Heiligen Messe. Weitere Themen sind das Selbstverständnis der Kirche, der Ökumene, des Verhältnisses Kirche-Staat, des Zwischenreligiösen Dialogs und der Religionsfreiheit. Dieser Auftrag führte seit dem 9. April 2015 zu einem regelmäßigen Kontakt mit der Bruderschaft, sei es mit den Generalobern, sei es mit anderen Vertretern. Die Beziehungen und Gespräche sollten insbesondere den Weg zur kanonischen Anerkennung der Priesterbruderschaft ebnen. Von besonderer Bedeutung war das Gespräch vom 17. April 2015 in Oberried, St. Gallen, Schweiz. Es wurden einige wichtige theologische Themen behandelt. Aufgrund der Diskussionen schrieb ich einen Bericht für die Vatikanische Kommission Ecclesia Dei. Im weiteren Verlauf der Kontakte vertiefte ich mich insbesondere in die Biografie und die Schriften des Gründers der Bruderschaft, Erzbischof Marcel Lefebvre. So wurde ich mit den theologischen Argumenten, den Anliegen und der Zielsetzung der Bruderschaft mehr und mehr vertraut. 2019 beendete ich im Alter von 77 Jahren meinen Dienst als Diezesanbischof von Chur. Da hielt ich die Möglichkeit, mich in ein Institut der Bruderschaft zurückzuziehen. Dies wurde von der Kommission Ecclesia Dei positiv bewertet. Sie hat mich dazu auch ausdrücklich ermutigt. Das gab mir die Gelegenheit, das Innenleben der Gemeinschaft und ihre Arbeit besser kennenzulernen. Auf diese Weise konnte ich als erfahrener Bischof eines Bistums die Lage des Glaubens in der Bruderschaft mit jener in einer normalen Diözese oder Pfarrei vergleichen. Dabei hoffte ich, Papst Franziskus entsprechende Berichte zukommen zu lassen. Für die Gespräche mit der Bruderschaft ist die Lebenserfahrung eines Zeitgenossen des Konzils von großer Bedeutung. Daher möchte ich zunächst einen gerafften Überblick über meine eigene Vergangenheit geben. Wichtig sind mir die päpstlichen Pontifikate, welche mein Leben mitbestimmt haben. Denn es geht hier vor allem um die Kirche und den Glauben. Welchen Päpsten bin ich begegnet? Welche Päpste sind mir bekannt? Da ich 1942 geboren wurde, ist mir die hohe, hagere Gestalt von Papst Pius XII. noch gut in Erinnerung. In besonderer Erinnerung sind mir auch die zwei Heiligsprechungen von Pius X. und Maria Goretti. Als Pius XII. 1958 starb, war ich 16-jährig. Dieser Papst hatte allgemein ein hohes Ansehen, hat jedoch die Kirche klug und vorsichtig durch verschiedene schwierige Situationen geführt. Zweiter Weltkrieg, Zeit des Kommunismus, neu aufkommende ethische Fragen. Theologisch grundlegend sind seine Enzykliken und weitere Verlautbarungen heute noch. Man wird immer wieder darauf zurückgreifen müssen. Als dann erlebte ich den Pontifikat von Papst Johannes XXIII. 1958 bis 1963. Auf seine Amtszeit geht das Missal in 1962 mit dem heute verwendeten, überlieferten römischen Messritus zurück. Papst Johannes hat das Zweite Vatikanische Konzil angekündigt, seine Vorbereitung angeordnet und es im Jahre 1962 eröffnet. Diese Zeit habe ich als Gymnasiast, Mittelschüler erlebt. Große Bewegung kam in die Kirche mit dem Pontifikat von Paul VI. 1963 bis 1978. Unter diesem Papst wurde ich 1971 zum Priester geweiht. Es ist der eigentliche Pontifikat des Konzils und damit einer innerkirchlichen Wende. Der Papst selber, der Erscheinung nach konservativ, war den liberalen, progressiven Kreisen sehr zugetan. Sie hat er gefördert. Eigene Bedeutung erhielt dieser Pontifikat durch die Einführung der neuen Messliturgie mit dem Jahr 1969. Diese Einführung erfolgte mit der apostolischen Konstitution Missale Romanum ex decreto concili ecumenici vaticani secundi instauratum. Damit begann der große, von innen verursachte Leidensweg der Kirche. Bis heute sollte er andauern. In den vergangenen Jahrzehnten hat nichts so sehr zur Auflösung der Einheit der Kirche geführt wie die neue liturgische Ordnung. Kurz war der Pontifikat von Papst Johannes Paul I. 1978, lange dagegen die Regierungszeit von Papst Johannes Paul II. 1978 bis 2005. Wir können ihn den Pontifikat der Umsetzung und Konsolidierung der Anstöße des Zweiten Vatikanus nennen. Fassbar wird dies vor allem in vielen Enzykliken und weiteren Leerschreiben in der Herausgabe des neuen Kontextes des Kirchenrechts 1983. Ebenso in der Erarbeitung des Katechismus der katholischen Kirche 1992. Hervorheben müssen wir in diesem Zusammenhang die Initiative des Papstes zum sogenannten Treffen von Assisi, 27. Oktober 1986. Es war ein Gebetstreffen mit Vertretern der Weltreligionen. Für viele Gläubige wurde dieser Anlass zu einem gewaltigen Schock. Damit verbunden war ein allgemein erheblicher Verlust an Vertrauen in die Kirchenführung und ihre Rechtgläubigkeit. Auf Johannes Paul II. folgte Papst Benedikt XVI. 2005 bis 2013. 2007 hatte er mich zum Bischof von Chur ernannt. Seine Amtszeit ist der Pontifikat der Kontinuität, jedenfalls der gewünschten Kontinuität. Papst Benedikt XVI. hat den Riss, der durch das Zweite Vatikanum und die Zeit danach in der Kirche entstand, wie kaum jemand wahrgenommen. Er hat versucht, diesen Riss durch eine Theologie der Kontinuität auszubessern, vor allem auch in Bezug auf die Liturgie. Er entwickelte dafür die sogenannte Hermeneutik der Kontinuität. Sein Pontifikat ist ein Pontifikat des Ausgleichs, ja der versuchten Heilung einer Wunde. Papst Benedikt XVI. war bestrebt, die negativen Folgen des Konzils zu beheben. Diesbezüglich müssen wir das Jahr 2007 hervorheben, das Jahr des apostolischen Schreibens Mutu Proprius Humorum Pontificum vom 7. Juli desselben Jahres. Damit wollte der Papst die überlieferte römische Liturgie der Kirche zurückgeben. Ebenso hat er die ungerechte Exkommunikation von Erzbischof Lefebvre und den von ihm geweihten Bischöfen der Bruderschaft 2009 aufgehoben. So hat er ein auf der Kirche lastendes Unrecht teilweise gut gemacht. 2013 übernahm Papst Franziskus die Leitung der Weltkirche. Wir können seinen Pontifikat, so wie er sich bis dahin abzeichnet, einen Pontifikat des Bruchs nennen. Es ist ein Bruch mit der Tradition. Dies lässt sich damit begründen, dass er selber immer wieder die Tradition und die Gläubigen, welche der Tradition anhangen, maßregelt. Er nimmt andererseits Handlungen vor, die deutlich im Gegensatz zur Tradition stehen. Zum Beispiel synkretistische Kulthandlungen, so etwa in Kanada. Offenkundig wird der Wille zu diesem Bruch unter anderem in den zwei apostolischen Schreiben Traditionis Gustodes vom 16. Juli 2021 und Desiderio Desideravi vom 29. Juni 2022. Mit diesen Schreiben will der Papst die überlieferte römische Liturgie ausmerzen. Andererseits ist er ein ausgesprochener Förderer der sogenannten Weltreligion. Für viele Gläubige ist dies ein Stein des Anstoßes. Für die Bruderschaft hat seine Verfügung betreffend Speichtjurisdiktion und Trauungsvollmacht Bedeutung. Gehen wir zurück zur Priesterbruderschaft Pius des Zehnten. Durch die Kontakte mit der Bruderschaft, die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte und die Vertiefung in die theologischen Fragestellungen erhielt ich einen neuen Blick. Es ist ein neuer Blick auf die vergangenen 70, 80 Jahre kirchlichen Lebens. Wir können von einer Retraktatio sprechen, von einer neuen Beurteilung der Lage des Glaubens zur Zeit des Konzils und der Zeit danach. Es wurde mir klarer, warum die Kirche dort angelangt ist, wo sie zur Zeit steht. Die Kirche befindet sich heute im Jahre 2023 in einer der größten Krisen ihrer Geschichte. Es ist eine innerkirchliche Krise. Sie hat alle Bereiche des kirchlichen Lebens erfasst. Verkündigung, Liturgie, Diakonie sowie Leitung. Es ist eine tiefe Glaubenskrise. Wer sich in das Werten und Leben der Bruderschaft vertieft, stößt unwillkürlich auf die Ursache und den Anfang dieser Krise. Denn die Bruderschaft ist in einem gewissen Sinn ein Kind dieser Krise. Sie ist es insofern, als ihr Gründer mit der Einrichtung dieser Institution der Krise begegnen und der Kirche damit beistehen wollte. Ihm war es vor allem am Glauben der Kirche gelegen. Ihm war es an den verunsicherten und verlassenen Gläubigen gelegen. Im Anschluss an die Entwicklung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden viele Menschen Schafe ohne Hirten. Der Grund zum Handeln war für den Erzbischof in erster Linie das Heil der Seelen. Ebenso die Erhaltung der Reinheit des Glaubens. Denn der Glaube ist der Weg zum Heil. Er darf daher nicht verfälscht werden. Von diesem Grundsatz aus muss die Bruderschaft und ihr Gründer betrachtet und beurteilt werden. In diesem Sinn hat sich Papst Franziskus mir gegenüber geäußert und gesagt, sie sind keine Schismatiker. Gehen wir zur Frage, wo liegt die Ursache der schweren Krise der Kirche? Die Ursache der schweren Krise der Kirche liegt, wie bereits angedeutet, in der Entwicklung des kirchlichen Lebens vor 70, 80 Jahren. Das deckt sich ziemlich genau mit meiner bisherigen Lebenszeit. Doch müssen wir ehrlich sein, die Anfänge der Krise liegen bereits in der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Konzil hingegen und die Zeit danach wurden Ausgangspunkt für offizielle, oft stille, aber erfolgreiche Angriffe auf das vorausgehende Leerrand und auf die frühere Glaubenspraxis der Kirche. Es waren Angriffe auf den überlieferten Glauben. Angestoßen wurden diese Angriffe von jenen Bischöfen und Theologen, die sich mit der Rückweisung des Modernismus nicht abfinden wollten. Ebenso wollten sie sich nicht abfinden mit der Abgrenzung der Kirche gegen bestimmte Richtungen des gesellschaftlichen Lebens. Das Ergebnis war ein oft unbemerktes, verdecktes, verschlüsseltes Abrücken von der Tradition, von der authentischen Lehre der Kirche, sowohl in den Dokumenten des Konzils wie auch in den nachfolgenden lehramtlichen Schreiben und Entscheidungen. Hier liegt die tiefere Ursache der Krise der Kirche. Hier liegt auch der Grund, weshalb der Vater der Brudenschaft, Erzbischof Lefebvre, den Anordnungen und Lehrentscheidungen des Konzils und den dem Konzil folgenden offiziellen kirchlichen Verlautbarungen nicht vorbehaltlos zu folgen vermochte. Seine Haltung war sachlich begründet und ganz im Sinne des Glaubens der Kirche. Er hätte mehr angehört werden sollen. Das Vorgehen gegen ihn war ein schweres Unrecht, denn das Abrücken der kirchlichen Leitung von der Tradition ist leicht nachzuweisen. Es ist nicht eine subjektive, emotionale Wahrnehmung des Erzbischofs. Die Haltung des Erzbischofs zum Konzil kommt in einer Begegnung mit Papst Johannes Paul II. am 18. November 1978 klar zum Ausdruck. Auch sie ist durchaus korrekt. In einem Brief berichtet der Prälat das Folgende. Was das Konzil betrifft, so habe ich ihm, dem Papst, gesagt, dass ich bereits eine Formulierung wie diese vorgeschlagen hatte. Ich akzeptiere die Dokumente des Konzils, die im Sinne der Tradition interpretiert werden. Er hat sie als vollauf zufriedenstellend und ganz normal empfunden. Auch die Haltung des Erzbischofs, dem Stuhl Petri und dem Stellvertreter Christi gegenüber ist korrekt. So sagt er zum Beispiel, Es steht fest, dass der Papst von liberalen Ideen durchdrungen ist. Wenn es uns auch aufgrund dieses sicheren Tatbestandes untersagt ist, ihm zu folgen, wenn er in Einklang mit diesen Irrtümern handelt oder spricht, so darf er uns das jedoch nicht zu Irrfurchtslosigkeit oder Geringschätzung verleiten. Dies aus Achtung vor dem Stuhl Petri, den er inne hat. Wir müssen für ihn beten, damit er einzig und allein die Wahrheit bekräftigt und ausschließlich an der Errichtung der Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus arbeitet. Das ist ein Teil der Errichtung der Herrschaft.